Willkommen in diesem schicken roten Gangsterbus Ford Transit Sport. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Mittels Rückfahrkamera und Parkmilot hinten parken Sie bestens ein. Sportlich dynamisch kommt er daher mit spezieller Front- und Heckschütze. Silberne Kappen auf den Spiegel unterstreichen den Sportcharakter. Es handelt sich um ein Transit 260K mit 103 kW TDCi Motor. Der Transit Sport steht auf schicken 18 Zoll Alufelgen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind bequem und auf beiden Seiten beheizt. Im Laderaum gibt es einen Gummiboden und seitliche Holzverkleidung. Mit einer Schiebetür links und einer rechts lässt sich der Transit bequem beladen. Dieser Transit bietet eine umfangreiche und vollständige Ausstattung. So gehört beispielsweise auch ein Navigationssystem zum Umfang. Mittels Bluetooth-Freisprechanlage können Sie telefonieren, ohne das Handy aus der Tasche nehmen zu müssen. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Der Motor dieses Transits ist schadstoffarm Euro 4. Als LKW ist die Kfz-Steuer gering. Der Wagen hat nur 8000 Kilometer gelaufen und ist sehr gepflegt. Er stammt aus Vorbesitz der Ford-Werke. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Kommen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Autos Wiesmann freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autoshaus Wiesmann. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.